Moin Leute, ich bin's wieder, euer BabyWary von den Bern und ja, dieses Video mache ich aus dem Grund, weil ich euch was sagen muss. Und zwar, ich sag's halt einfach so wie es ist, es kamen so lange keine Videos, weil es ein Problem mehr gab. Ich weiß nicht, welche Helmkamera ich mir holen soll, die Yeli 4K Plus oder die GoPro Hero 5 Black. Da blende ich euch noch Bilder ein und dann aus dem zweiten Grund, bei meinem Buggy, da sind vorne genauso breite Reifen wie hinten und mit denen kann man jetzt auf der Straße nicht so gut fahren. Jetzt müssen wir erst schauen, welche Reifen wir da machen und Felgen und die, da sind wir noch nicht ganz sicher, welche genau. Und dann haben die auch Lieferverzögerungen, ja, das kommt vor. Und ja, es tut mir leid, dass so lange keine Videos kommen, aber es gibt halt noch ein paar Probleme. Es ist halt so, ich kann's nicht ändern. Ich würde selber schon wieder rumcruisen wollen, aber es geht halt nicht anders. Aber auf jeden Fall melde ich mich, sobald ich wieder kann und auch will und auch darf und auch mag bei euch. Ansonsten, das war's. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Nächste Woche schöne Feiertage, wenn ich arbeiten muss, ist ja auch gut. Ansonsten, schöne Woche und bis zum nächsten Video. Euer Baby Barry von den Beinen. Servus.